Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Rocket League. Ja, das ist ein ganz simples Spielprinzip. Blocky ist mit dabei und zwar spielen wir hier Autos. Hier gibt es so ein bisschen Nitro und das Ziel ist es halt, den Ball ins Tor des Gegners zu bekommen und man hat 5 Minuten Zeit im Prinzip. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das so einigermaßen hinbekommen. Kriegst du das schon hin, gleich, das erste Tor? Ach, wie ist Geld regt. Naja, ging ein bisschen daneben, würde ich sagen. Ah, shit, ich habe ihn auch leider nicht getroffen. Nicht ganz. Ich habe es gesehen. Nicht ganz, Mann. Aber das kriegen wir schon noch hin. Okay, ich habe eher, glaube ich, den... unseren Kontrahenten da getroffen. Okay, nice, 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 nice. Oh, der war richtig scheiße. Oh, nein. Oh, schade. Das war echt knapp. Warte, warte. Oh, die kriege ich vielleicht. Oh, verdammt. Viel zu früh, viel zu früh. Wir sind absolut Obernoobs, also gerade ich noch. Da siehst du, Ballkamera wäre schon ganz gut anzumachen. Ich kriege ihn. Dann kicke ihn direkt für die Gegner vor die Füße. Ist ganz gut gewesen, ne? Ja, war super. So, geklärt. Das war ganz gut. Oh, Gott. Nein, scheiße. Oh, kriegst du ihn? Ja, oh, schießt ihn direkt rein bei uns. Das ist ganz gut, natürlich. Ja, einfach direkt ein Eigentum machen und wäre ganz nice. Ja, okay. So, der Ball ist zumindest schon wieder hochgehalten. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich denke, von diesem Spiel wird es jetzt in Zukunft ein bisschen mehr geben, weil das echt Spaß macht, Leute. Das macht mega Spaß. Und ich fand es auch beim Zugucken einfach super cool. Und da dachte ich mir, komm, das holst du dir auch. Und jetzt wird es das hier, ich denke mal, die nächsten Tage geben. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja. Nein. Zu früh wieder. Ich habe das mit dem Timing echt noch nicht raus, ne? Oh, Gott. Dieser Überboost, ne? Dieser Überboost. Der ist viel zu krass teilweise. So, okay. Erstmal hochgehauen. Nice. Okay, okay. Ganz ruhig. Okay. Das war nicht so gut. Ich habe einen Fall, habe ich es hier versucht. Okay. Oh, der war nice. Der war nice. Du schaffst das. Na, jetzt kommt er hier. Nein. Oh, er schießt ihn selbst rein vielleicht. Komm. Oh, 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 oh. Nein. Oh, schade. Nein. Oh, shit. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber ich bekomme ihn. Ich bekomme ihn. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay, habe ihn. Ach, klar. Bekommst du ihn? Oh, Gott. No, das war ein richtiger resistanter Klärversuch, Alter. Wow. Das war aber alles so gewollt. Natürlich. Ja, echt? Ich wollte ihn da gegen die Wand hauen, aber das war knapper als gedacht. Der geht rein, der geht rein. Passt. Oh, sie haben ihn echt gut hinbekommen. Verdammt, verdammt. Aber ich kriege ihn nochmal. Oh, ich bin explodiert. Ich bin explodiert. Ja, ich sehe es. Wenn du volle Sau gecrashed wirst, dann kannst du nämlich auch explodieren teilweise. Okay. Ich habe den zugespielt. Ja, klar. Ja, natürlich gewollt. Ah, verdammt. Aber es steht noch 0-0. Die Hälfte der Zeit ist rum. Jetzt habe ich ihn vorgekickt. Okay. Kriegst du ihn? Oh, nein, nein, nein. Er hat ihn genau gekriegt. Oh, ich bin richtig langsam gerade. Oh, Gott. Alles gut, alles gut. Glück daneben gefurzt, Alter. Alles gut, alles gut. Den kriege ich, denke ich, wenn die jetzt keinen Ditor haben. Ja, alles, was, was. Er hat nie... Oh, nein. Ich dachte, er kickt ihn. Ich dachte, er kickt ihn zum Tor. Ich dachte, er kickt ihn wieder. Was machen die denn? Die verarschen mich ja vollkommen. Ich weiß nicht. Die verarschen dich richtig. Entweder tun die so... Okay, okay, okay. Wir sind beide vorne jetzt. Okay, komm. Nein, 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 nein. Okay. Oh, damn. Da kommt er wieder, so ein bisschen. Nice. Oh. Nein, wie schlecht. Nein. Wie schlecht einfach. Ach, komm schon. Okay. Kriegst du ihn, ne? Nein. Okay, ich krieg ihn. Oh, shit. Nein, das war richtig scheiße. Erst verkacke ich diese eine Chance, weißt du? Und dann spiele ich den direkt da noch gegen. Beziehungsweise du hast ihn, ja. Ich bin ja einfach nur daneben, ne? Ja, ja, na klar. Ah, shit, man. Ich hab den Ball nirgends wohin gespielt, man. Okay, okay. Aber alles gut. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Nice, nice, nice. Ich krieg ihn. Nice, nice. Denk ich. Stehmittel. Ja, hat mir das super geklappt. Ja, war super. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin ein bisschen hinten grad. Ja. Ich will ihn jetzt vorspielen. Ich will ihn jetzt vorspielen. Ich will ihn jetzt vorspielen. Okay, ich hab ihn erst mal abgelenkt. Du bekommst ihn, ne? Ich versuch's. Warte mal, warte mal. Er hat ihn, er hat ihn grad. Ja, okay. Ich steh hier so ein bisschen. Oh Gott. Gott, oh Gott. Okay, hab ihn. Oh nice. Okay, gut. Hol ihn dir, hol ihn dir. Oder ich hol ihn mir. Oder du? Ja, alles gut. Okay, okay. Ich warte hier hinten so ein bisschen. Okay, okay. Oh nice. Oh, schade. Shit, shit, shit. Okay. Wir müssen das noch... Eine Minute. Ja, ich hab ihn reingegeben nochmal. Okay. Nein, komm schon. Oh, wie knapp. Nein. Ich hab ihn sogar noch berührt gehabt. Wie ärgerlich. Ich kam von hinten an gedonnert. Ach, hab ich ihn dir sogar weggenommen oder was? Ja, ja, ja. Nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Das gibt es doch nicht. Scheiße, Mann. Oh Mann, ey. Das ist echt übel. Ja. Ja, okay. Scheiße, aber 45... 45-0. Ah, es wird schwierig in unserer jetzigen Verfassung. Aber das ist die erste Runde, die wir heute spielen, ne? Von daher. Ah, okay. Okay, so weit zu gut. Ja. Ja. Du hast ihn. Okay. Ich versuche irgendwann mal diesen... Irgendwann schaffe ich den Vollrückzieher, weißt du? Das ist der Moment, auf den ich warte in diesem Spiel. Natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab kein Tor. Ja, nice. Nice. Okay, wir haben noch 30 Sekunden. Wir haben noch 30 Sekunden. Puh. Komm, das kriegen wir noch hin. Der war stark, Mann. Der war stark. Der war echt gut, Mann. Ja, Mann. Aber die sind auch ehrlich gesagt nicht die stärksten Gegner, ne? Aber wir sind auch gerade auch nicht gerade... Ja, wir sind auch nicht in Höchstform. Ey, wir hatten gestern 7 zu 3 gewonnen einmal. Das war richtig krass. Ja, das war richtig gut. Weg damit! Okay, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist nur sehr hoch. Egal. Hol ihn den. Nein! Nein! Er geht rein, er geht rein! Er geht rein! Ja, wie denn? Alter! Nice! Dass der reingeht. Das war ein gutes Tor von mir, ne? Aber wie knapp wir beide an dem vorbei sind, ne? Ja, richtig knapp. Der Cola hat einfach rein. Richtig nice. Alter, ein 2-0 noch aufgeholt. Holen wir, holen wir, holen wir. Ja, ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Bleib ein bisschen hinten. Hab ihn. Oh! Oh, das war... Schade. Oh, hast du gesehen? Ich hab den Volldruck zu dir geschafft, oder? Hilfe! So, halt. Wenige Sekunden nur noch. Komm schon, mach ihn, mach ihn, mach ihn! Ich kann nicht, ich kann doch nicht. Nein! Okay, 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 Nachspielzeit. Alles klar, wer jetzt das Tor macht, gewinnt. Ja. Okay, okay, hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir. Bleib ein bisschen hinten. Oh, nice. Nice, nice, nice. Warte, 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 der holt ihn sich. Ja, das ist aber ganz gut, alles gut. Okay. Nein! Ich hab ihn. Nein! Oh, doch. Oder? Ich weiß nicht. Okay, okay, alles gut. Ich bekomm ihn. Nein, ich bekomm ihn nicht. Nein! Oh, Forsten. Oh, komm schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Keiner bei dir in der Nähe, glaub ich. Okay, okay, ich bin Mitte. Jetzt, komm, komm. Ja, nein! Oh, das wär fast gut gewesen. Ja, passt. Auch nur fast gut. Okay. Oh, shit. Shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Ich bremse ihn hier gerade aus. Nein! Oh, nein, oh, nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh! Nice, nice, nice. Holy shit, ich lege auf dem Rücken. Ich lege auf dem Rücken, steh auf, steh auf! Oh, ihn raus. Okay, 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 ich bekomme ihn. Los, los, los. Ja! Nice. Nein, so knapp. Scheiße, ich bin geblockt worden, ich bin geblockt worden. Ich habe kein Nitro. Alles gut, der geht daneben, ich komme hin. Ja, alles gut, alles gut. Oh, shit. Okay. Okay, nice Okay, perfekt, Alter Das war nice Wir haben die geblockt, du bist alleine Du bist alleine, mach das Ding Nein, nein Nein, 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 nein Nein, oh Gott Oh Gott Nein Ich hänge hier dran Er ist so knapp davon abgefallen Oh ja Alter War das knapp Oh nein Alter, heftig Das war richtig knapp, das ist richtig eng Die Partie Alter, ist das eine gute Runde Ist das eine gute Runde Spannend, spannend Echt spannend Nein Komm schon Oh ja, oh ja Ich hab ihn in der Mitte Jetzt kommt er wieder von hinten Ja, okay, aber ich bekomm ihn Denk ich Oh, ey, wie ich dieses Timing einfach null raus habe, ne Okay, gut, gut, gut Einfach weg Okay, ey, ey Geh Mach doch Okay Okay, okay, gut Gut, 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 gut Ich bin Mitte wieder Nein, nein, nein Okay, ich bekomm ihn, denke ich Oh, shit Nicht ganz, ne Oh Gott, ich geb ihn in die Mitte Oh, nice Nice, nice, nice Nein, oder? Okay, alles gut Ich Ich komm ran, ich komm ran Okay, du auch Ich wech aus Okay, nice, 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 nice Der eine bleibt hinten Oh Gott, oh Gott Jetzt, 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 jetzt Das machen die gar nicht schlecht Nee Okay, okay Alles gut Hier, für dich Oh Gott Alles gut Okay, Slack gerade so ein bisschen Okay, nice Nice, 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 nice Nur noch der eine Dude Okay, okay Oh Gott, nein Oh nein, oh nein Das war dumm Oh, das war nice Na, verdammt Wieder ein Ticken zu spät Nein Oh, ein Ticken zu früh Okay, okay Ich steh wieder mittig So ein bisschen Ja, ja, ja Den bekomm ich Oh, oh, oh Oh, nicht bekommen Also nicht richtig bekommen Mann, ist das spannend Was ist hier los? So Er ist wieder Er ist wieder vorm Tor Er ist gut vorm Tor Er ist gut vorm Tor Nein Wie ich dachte Er kriegt ihn Oh nein Okay Hier Ja 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 Nice Die erste Nachspielzeit Die wir gewonnen haben, ne Wie geil Alter, was war das denn Für eine Runde, Leute Richtig spannend Das war mehr Glück Als Verstand gerade Was war das denn für eine Runde Also ich muss hier An dieser Stelle nochmal sagen Ich finde das Spiel Erstens mega Und zweitens weiß ich noch nicht Genau, wie ich das machen werde Wahrscheinlich gibt es immer so Eine Runde mit Blocky Vielleicht eine Runde Mit einem anderen noch Und dann vielleicht noch So ein paar Highlights Müssen wir gucken Wie wir das jetzt gemacht haben Das war es jetzt auf jeden Fall Mit dieser Runde Und dann viel Spaß Mit dem weiteren Video Travix Wie ein bisschen wie in Minecraft Ja, schon, ne Oh, nice Nice, 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 nice Nice Wow Nicht schlecht, man Oh, shit Oh, nice Nein Sehr, sehr cool Ja, man Gut gemacht Ja, ja Schon übergutig auch noch Okay Was mache ich denn Oh Gott Nein Das ist auch mein Fehler Komm Okay Oh, gut Gut Boah Ist okay Jetzt sind wir Gerade vorne Komm, komm, komm Oh Gott Boah War das nice Alter Ja Ja Ja